Du 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 yeah Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fiesta Soll ich was sagen? Hallo? Ja du darfst was sagen, hi Ich wollte einfach bloß mal hier jetzt vorne dran schneiden Ähm, das ist jetzt noch nicht die richtige Folge, die kommt danach dann gleich Ich wollte jetzt einfach mal reinschneiden, wie die Valentins Quest funktioniert Und zwar ist momentan Es war ja Valentinstag Und hier ist noch die Quest aktiv Die habe ich jetzt schon angenommen Die heißt Ich liebe es, meine Liebe zu teilen Oh, wie schön So, und der Preis, den man dafür bekommt Ist nämlich richtig heftig schön Es ist zwar bloß 14 Tage Aber man bekommt jetzt zwei Ringe Ihr könnt selbst die Starts mal sehen Also ich zeige sie ja gerade in meinem Video Das ist immer ein bisschen unterschiedlich Von Char zu Char Und von Level zu Level Also Ich glaube ab 81 Warte mal, ich glaube ab 81 oder sowas War die Genau, ab 82 ist dann die nächste Quest Hier in dem Fall ist es so Benutzt Samen im Mondscheingrab Man bekommt die Samen von Also die hier, unbekannter Samen Sieht aus wie der Kerzenständer, den wir in der Vorigen Folge Eingesammelt haben Vorherigen Vorvorherigen Die da vorne So Ähm Den schmeißen wir einmal hier hin Zack Dann kommt ein Bäumchen und ein Gefangener Der haut hier das Ding kaputt Und dann ist nichts drin Schade Normalerweise Ich habe jetzt schon zwei gesammelt Sind hier zwei Kakaobohnen drin Äh Kakaofrucht Sehen aus wie die grünen Köpfe Leider dauert das immer zwei Minuten Oh sogar drei Vier Minuten glaube ich Dauert das sogar Drei oder vier Minuten bis Ähm Bis das wieder Hä? Drei Drei Minuten? Hm Ne Doch drei Minuten Ähm Bis das wieder geladen ist Darum wollte ich jetzt nicht die ganze Quest hier verbringen Weil man braucht zehn Stück davon Ich werde die so nach und nach immer mal so zwischendrin Wenn ich hier in der Gegend bin einmal machen Bis ich diese Ringe habe Und ich wollte euch das einfach nur mal zeigen Ähm Dass Wie diese Quest eigentlich funktioniert Weil es kann ja sein Dass manche Fragen haben Äh Wie funktioniert das? Weil man es noch nie gemacht hat Und darum zeige ich das jetzt gerade einfach mal Und das war es auch schon wieder Und wir sehen uns dann gleich im Hauptvideo Tschüss Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur eigentlichen Folge von Fiesta Ja Vorgänger war ja jetzt die Valentins Quest Ähm Habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht Ich habe einfach nichts bekommen Und äh Wir machen jetzt hier noch ein bisschen mit Erik Die Land der Herausforderungen weiter Hallo Erik Ich bin vorhin gestorben Oh Wie viel Prozent hast du verloren? Naja gut Einen leeren Mann kann man nicht in die Taschen greifen Äh Nackten Mann Hier bin ich gestorben Hier Genau Hier Dann stirbst du auch hier Guck mal hier Komm Dann hol mir die Prozente gleich wieder ein Habe ich doch schon Hast du schon? Gut Ja Das Quest angeben Ja dann hast du aber die Prozente nicht eingeholt Doch Ja nee Ja doch Die Prozente Nee Ja eben nicht Ich renne nicht nach vorne Doch renne vor Ich schmeiß dann einfach Nova rein Mhm Also diese Attacke geht mir echt auf den Keks Welche? Meine Oh dann freu dich und jetzt kämpf Ja ich kämpf Du Du kämpfst doch gar nicht Jetzt hast du endlich mal ein bisschen Kampf vor dir ne Und du pinst dann rum oder was? Ja Ja das merke ich Drei Gegner und dann rumpinen sie hier Wo sind wir denn hier? Das geht nicht Das muss doch so sein Golderz Du als Krieger Du müsstest dich in Gegnermassen stürzen wollen Du müsstest sagen Ja 50.000 gegen einen Ist unfair für die 50.000 Ja wenn es Level 1er sind Dann ja Ja ach komm Schleimkämpfer hier Oder Pilze Aber nicht die im Wald Wie er einfach da steht und nix macht Das mach ich hier Ja eben Ein paar mal in die Grünlinge Bonn hören Ja Ah da kannst du die Arbeit machen Ich mach die doch schon die ganze Zeit Mensch Ich mein die die Pingis Pingis sind scheiße War noch nie ein Pingis Fan Die Karte ist allerdings schön Die man von denen bekommt Okay Ne das ist ja Pixi Das ist ja kein Pingis gewesen Oh die Pixi Karte Hab ich noch nie Hast du noch nicht? Nein Nein Hast du noch nicht? Doch ich hab sie schon Setze trotzdem ein Wie viele Nox Oh neun Nox brauchen wir Ist ja Wahnsinn Und Zack Bleib mir vom Leib Och Eki du bist Du bist so schlimm Also Wie ich das immer bei ner Unitschieb gemacht hab Da Da Das die Nova laufen wieder Und in der Nova stehen bleiben Ja in der Nova stehen bleiben Ja genau Bleib einfach in der Nova stehen Ich schütz dich doch Mit meinen Zaubern Heck 6 Heck 6 Heck 6 Äh ja nimm mal den Grünling noch weg Ich seh den denn Ich hab's irgendwie voll Äh irgendwie voll Irgendwie off Ja dann mach's irgendwie zu Alter Ich hab's schon die Schule Nein 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 Ein bisschen Kommt noch Ne Klar hab ich's nicht Äh doch wenn sie ein paar Jahre lang mitgemacht hast Dann Vermischt er die Schule Ja nicht auch wenn du was praktisch machen Ich geh woanders stellen Okay wo ich hin will So Oh das war Äh das war dumm Das hast du die Minipizze Ja nicht gesehen Äh doch Aber ich hab nicht damit gerechnet Dass die mich angreifen Aber ist egal Wir sind ja ziemlich stark Ich zumindest Guck mal wie ich Was ich denn abziehe da Ich hab gar keine Chance gegen mich Guck mal was ich jetzt mach hier Interessiert mich So zu gucken Zuher Oh Ich weiß gar nicht wie ich dann Ich hab mit ihm Irgendwann ist Ich hab mit ihm Äh hier gibt's zu Nicht äh Hier kann man aber noch Schatzkisten suchen Schatzkisten? Ja Ich weiß dass es hier Orks gibt Hat der Zähler Äh eigentlich zugeschlagen Im Schloss Jaja Äh siehst du Das kommt davon Wenn man die Folge nicht guckt Ne Dann wüsstest du das Aber ich hab Nix klingeln gehört In den Kassen Hä In den Kassen Dann hast du die Folge nicht Dann hast du die Folge nicht geguckt Gib zu dass du die Folge nicht guckst Ja ich guck alle Ich hab jetzt bis zu 4.102 geguckt Aha Dann hättest du aber mitkriegen müssen Dass das geklingelt hat Dass das Ding 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 Ja bei mir vielleicht Im Kopf hat's geklingelt Du bist schon ein komischer Vogel Aber deshalb Das wissen wir ja Dass du ein Vogel gewischt Also daher ist das nicht zu schlimm Ne mir hoppt einer von daher Alla den lass mal diesmal in Ruhe Der ist nämlich blöd Der droppt nämlich nix Wenn man beim ersten Mal nix droppt Ist bei mir ohne durch Jetzt greift er doch an Hä Jetzt greift er doch an Wenn er an Greift weiter platt gemacht Ich renne Ich renne Du schießt Du meinst du tankst Ich schieß Er greift an Ja dann nimm mal mal ab Alter ohne Witze Ich hab nicht mehr Wieso hast du nicht mehr viel Leben Wo ist dein Buff Weg Ich bin doch gestoppt Achso Ja wieso holst du dir keinen Buff Da wollte mich niemand buffen Wie wolle Wolle du Müsse Ich hab alle Kleriks angefragt Überflüstert Wie unhöflich Ich wollte gerade sagen Wieso greifst du nicht an Du Hohlkopf Also nicht du Sondern meiner Nein Die sterben Und wie knapp war es Ne Ganz Ganz knapp Ganz knapp war es Ganz knapp Jetzt reicht es mir Es ist mir hat der Pino noch Auf die Schulter So Was hast du davon Ähm Plus 2 stärk Hm Okay das ist äh Ich weiß nicht wo es lang geht Ich renne gleich mal falsch Pinkies bleibt mir vom Leib Pinkies bleibt mir vom Leib Alter Geht mir das auf die Nerven Das ist der Gegner Der stand mich im Im Akkord Ja Hopp Jetzt überlebe ich Aber ich hab kein Reittier Ich muss zugekommen Alter das gibt's doch nicht Junge Ich greif keine Pinkie an Geil Davon hab ich 5 Pinkies hinter mir 6 Ich bin gesterned Alter geht mir das auf die Nerven Grad Und schon wieder ohne Oh mein Drank ist leer Hab ich jetzt 23 Dinger verbraucht Oder was Glaubst du ich komm nochmal Leben zu dir Das wiss ich nicht Ich hoff's aber Ich glaub nicht Ich hab kein Reittier Ähm Oder Wenn der mich nicht immer standen würde Wäre das nicht so schlimm Ganz ehrlich Ich hab kein Reittier Oder Doch Ich hab noch ein Reittier Ja dann nimm das doch Und quassel nicht so viel Und komm her und hilf mal Dafür geh ich aber 7 Tage lang on Ja Keine Ahnung Dann kannst du ein bisschen leveln Mache ich mich auf 70 Da musst du mir nix ins Netz Ständig hinterher ziehen Und ich bin schon wieder falsch gerannt Jippie Ich glaub das wird nix Ja ich bin schon unterwegs Mit 280 kmh Fass mich eine Pinkie an Ist mir egal Ich bin nämlich schon wieder da Das bringt uns nicht viel Wenn du von 30 anderen Gegnern angegriffen wirst Sind die immer noch hinter mir? Ja Ja dann nimm sie mir mal bitte ab Nimm sie mir mal bitte ab Ach was Jo Genau Auf jetzt Mach Mach hin Alter Was ein Idiot Hm? Was ein A Was ist das? Der ist doch eigentlich so easy Inwiezu Mario wär schlau ne? Man sollte sein Gleich fang ich Oh nimm mal mit der Zerete Ganz ehrlich Oh Echt Inwiezu So So Was war das? Intakter Knochen Ja ho Richtig Nix G'scheits Nix G'scheits hat's gäbe So n Kampf Und nix G'scheits Aber das war mal fast klar Und dafür hab ich jetzt knapp 5% verloren Na ganz toll Tja Wär schnitt gestorben Hätt schon Buff geholt Ist bescheid Wir brauchen aber immer noch Nox Sind da vorne wieder Nox? Keine Ahnung Ich bin da durchgerannt Hab aber nicht geguckt Ich bin einfach nur Augen zu und durch Okay Ich weiß gar nicht Wie viel brauchen wir denn noch? Ich brauch nur noch 2 Nein Dann brauch ich noch 4 Wahrscheinlich Diese Nervensägen Furchtbar Da guck mal Da sind doch Guck mal Das sind 4 Nox Ich hab's dir ja gesagt Wir brauchen 4 Hm? Ich brauch 4 Ja du brauchst 4 Ich sag ja das Guck mal Das sind schöne 4 Nox Gut Schön hab ich nicht gesagt Aber das sind 4 Nox Ich sag 4 Braucht man nicht Brauch kein Mensch So Ich bin fertig Mir fehlen noch 2 Ja die Hämmer ja Aglai Die ist hier in Aglai Blatt Guck mal Hinter uns ist da noch einer So So Achtung Gründing So Fertig? Jo Alla dann raus hier Aber ganz schnell Abamu flott Wie sich einfach mal so Einen Ball verfolgt Und meine Rolle sind eh Grad leer gegangen Ah du ziehst die ganze Mobs auf dich Hm? Und du ziehst die ganze Mobs auf dich Jo Ich bin ja wieder weg Und ich bin einfach nur durchgerannt Hm Hä? Hä? Doch nicht fertig? Ich bin fertig Stadtmeister Adrian Ah Ich hab's eben nicht angezeigt bekommen Dass ich Quest fertig hätte Das war jetzt ein Kampf Also Muss ich schon sagen Ich hab meinen ganzen schönen Superdrank Aus Verbraucht Nur wegen dem Hier fangts bei mir an Zu ruckeln Wie blöd Okay Also wie gesagt Bei mir überhaupt nicht Und ich muss mich nochmals Dafür entschuldigen Dass ich andauernd Gann zwischendrin Das ist einfach bloß Ich bin ziemlich müde Und kaputt Aber ich wollte es mir Nicht nehmen lassen Ein paar Folgen aufzunehmen Wenn ich schon mal Die Zeit hab Ach komm Ich gebe erst ab Prozent Ende 40 Wie viel Prozent Gibt die Bis sechs Prozent Gibt die bloß Okay Ich hab jetzt eigentlich Mit mehr gehofft Aber okay Gut Dann halt nicht So Wo hat mich eben Niemand geheilt Keine Ahnung Hab ich eben nicht Mitgekriegt Schade So Aber ich würde auch sagen Das war es jetzt erstmal Für die Folge Wenn euch die Folge gefallen hat Denkt dran Daumen hoch Und dann bis zum nächsten Mal bei Fiesta Tschüss Tschüss Tschüss